Es ist in der heutigen Zeit kaum mehr möglich, seinen Alltag ohne die Nutzung eines Computers zu bewältigen. Immer mehr Applikationen fordern, dass man sich online identifiziert und dort Passwörter verwendet. Viele der Benutzer wählen jedoch triviale Passwörter, weil sie einfacher zu merken sind. Ein Tipp aus der Praxis wäre, kostenlose Software aus dem Internet downzuladen, die einem Passwort safe entspricht, wo man komplex gewählte Passwörter abspeichern kann und bei Bedarf wieder darauf zurückgreifen zu können.